Das Internet-Tool Mentimeter erlaubt es, mit Hilfe von Schülerendgeräten, zum Beispiel Smartphones, um und Abfragen zu bestimmten Themen im Klassenverband schnell zu organisieren und die Ergebnisse zum Beispiel am interaktiven Whiteboard oder jedem anderen internetfähigen Präsentationsmedium sichtbar zu machen. Alle Lernenden sind im Internet, zum Beispiel über die eigene Mobilfunkverbindung oder das schulinterne WLAN und gehen auf die Seite www.menti.com. Die angezeigte Nummer wird eingegeben und schon können die Fragen am eigenen Smartphone beantwortet werden. Auf dem interaktiven Whiteboard ist die Zugangsseite des Menti-Erstellers aufzurufen und es erscheinen dann in Eingabereihenfolge die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Dabei werden häufige Nennungen hervorgehoben, hier zum Beispiel elektronisch. Und unten können alle die Anzahl der abgegebenen Votes sehen. Notwendig ist für denjenigen, der Abfragen selber erstellen möchte, ein kostenloser Benutzeraccount. Natürlich kann man sich mit kostenpflichtigen Abonnements mehr Möglichkeiten erkaufen. Von dieser Ausgangsseite legen wir eine neue Präsentation an. Ich möchte Instrumente hören lassen. Hier können wir verschiedene Formate auswählen für die Abfrage. Ich wähle das Format Word Cloud aus. Nun ist die konkrete Frage einzugeben. Ich lege die Anzahl der möglichen Eintragungen fest. Vier. Stelle noch einen Filter für ungewollte Wörter ein. Fäkalsprache oder ähnlich. Und lege hier noch fest, dass nur ein Voting pro Benutzer möglich ist, damit ich eben auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler abgleichen kann. Dazu muss natürlich jeder Schüler ein eigenes Smartphone haben und darf nicht über den Nachbarn schreiben. Ich lege unter Customize noch fest, dass die Ergebnisse erst angezeigt werden, wenn ich den Button klicke, damit keine Beeinflussung vorher stattfinden kann. Zwei Anwendungsmöglichkeiten habe ich schon genannt. Höhe Analyse zur Instrumentation von Musikstücken oder Wirkungsabfrage mit Adjektiven wie beim Kraftwerk Video aus der Musik 2050 Einheit. Unabhängig vom Musikunterricht lassen sich aber auch schnell Zwischenfragen bündeln oder einen Themenspeicher im Unterricht mit Mentimeter einrichten. Auch die Schülerinnen und Schüler äußern sich in der Reflexion der benutzten digitalen Tools positiv zum Mentimeter. Jeder konnte beitragen. Gute Nachbesprechungsmöglichkeit. Gute Übersicht. booty Nachbesprechungsmöglichkeit. Gute Nachbesprechungsmöglichkeit. Vielen Dank.